Und was waren so Ihre ersten Gefühle? Ob das alles stimmt oder ob ich nur geträumt habe. Und haben Sie geträumt oder stimmt das? Ich muss was sehen, da bin ich noch aufwache. Und für welche Arbeit haben Sie denn den Preis erhalten? Ich glaube über meine Untersuchung über den menschlichen Einfluss auf das Klima, ob wir nachgewiesen haben, dass der Mensch das Klima geltet hat. Das Klimaproblem ist ja uralt, also ich arbeite seit 40 Jahren bestimmt daran und so allmählich spricht sich das darum, dass wir ein Klimaproblem haben. Und ich hoffe, dass die Politik auch mal darauf reagiert und dass ein bisschen was zu tun dagegen. Ich finde es sehr wichtig, dass die Jugend sich auch da engagiert und dass sie auf diese Weise auch die Öffentlichkeit auf das Problem aufwärts machen. Also ich freue mich sehr, dass nicht nur die Alten, sondern auch die Jugend jetzt das aufgreifen und das weiter tragen. Und werden Sie den Preis denn feiern mit Ihrer Familie? Ja, natürlich, ja. Du kriegst ja nicht jeden Tag einen Preis, ne? Doch, glaube ich schon, ne? Ja, ja, doch, ja, ja, wir feiern, doch. Meine Tochter ist da, meine Frau ist da, wir werden feiern, ja. Musik 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 Musik